Wettbewerb Im Halbfinale Manchester City gegen Bayern München Und damit geht es nun los Dieses Halbfinal Hinspiel aus der UEFA Champions League Schöner Angriff Nebenleute bieten sich an De Bruyne mit der Riesenchance Er muss doch sitzen oder? Stramm abgezogen aus der Entfernung Eine bessere Chance bekommst du nicht mehr Erster Vorteil Aber der ist dann keiner mehr Und jetzt gibt es hier doch noch die Verwarnung Alles genau richtig gemacht Klasse Aktion vom Schiri Choupo Moting Davis Davis Chance zur Führung Jetzt sind sie vorne in diesem Halbfinale 1-0 Sie wollten hier ein Zeichen setzen Und das ist ihnen gelungen Tolles Tor Wichtiges Tor Nochmal dieses Tor Wir sehen wie er die Gegner Reihenweise stehen lässt Und dann gibt es da nichts mehr zu halten Ein unglaublich wuchtiger Ball Ein Hammer Dritt ist er Flanke abgeblockt Gefährlicher Schuss Er kommt an den Ball Per Hechtschwung Klasse gemacht Da hat er gar nichts anbrennen lassen Und das macht ihn als Keeper so stark Dass er solche Szenen liest Davies Davies Die Bayern über die Seite jetzt Kimmich Oh, das könnte was werden Ederson verändert das Tor Da hat er natürlich alles richtig gemacht Leon Goretzka Thomas Müller Thomas Müller Ball kommt gut, aber er ist da, macht er ganz sicher Rennisch Rennisch Gündoar Ball bei Haaland Der wird ab und nicht ungefährlich Gündoar Tor Tor! Gündoard trifft! Und auch das war wieder so eine tolle Aktion, da hat er die Abwehr letztlich ohne Chance gelassen. Da schauen wir uns die Entstehung dieses Treffers nochmal an. Erst kommt der gute Pass und dann sehen wir, es wird eng, es ist kaum Platz da, aber er setzt sich trotzdem durch. Exzellent! Ganz hartes Einsteigen, könnte Platzverweis geben. Das Spiel ist so ausgeglichen, wir werden jetzt mal gucken, inwieweit dieser Platzverweis in den Spielverlauf eingreift. Völlig korrekt, Wolf, bisher gab es hier kein überlegenes Team und das ist natürlich jetzt die große Chance für die Mannschaft, den Überzahl. Im Sande. Jetzt vielleicht die Chance für den Konter. Jetzt Thomas Müller. Super Pass! Ederson macht zu, kein Tor. Was für eine Aktion von Ederson aus dieser Distanz. Gutes frühes Stören. Guck mal. Schlusspfiff in diesem Halbfinal-Hinspiel und die Entscheidung, Buschi, die ist natürlich erstmal vertagt, unentschieden. Ja, ganz enge Geschichte zwischen den beiden, gibt nicht viel, was die trennt, alles auf Augenhöhe und ich bin da sehr gespannt. Ich glaube, dass es ein tolles Rückspiel wird, spannend und hochklassig. Ich glaube, er war heute einer der besten Spieler seiner Mannschaft. Wie siehst du das? Den wichtigen Ausgleich gemacht in diesem Spiel. Am Ende schaffen sie hier das Unentschieden und wir wissen nicht, wie es ohne diesen Treffer ausgegangen wäre. Von daher auf jeden Fall eine gute Leistung. Bis zum nächsten Mal.